jetzt muss schluss sein tschüss dankfreund du bist ein arschloch ein esshohl klau den schlüssel haben wir geklaut haben wir gemobst angel und nahren teil 2 klar stimmt ja 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 denn das ist ein chanchori was soll denn hier noch boah wie hell das hier noch ist ne so ein flashback alter ja soll ich Rira Reisen machen ist nur Müll das lohnt sich nicht aufzunummeln ja können wir auch da einkaufen kein Geld ausgeben kein Geld ausgeben kein Geld ausgeben kein Geld ausgeben juckt mich nicht hey chanchori 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 hey warum Lillis denn uns hin wenn hier Kira zurück mit chanchori hey da hat die doch in ein Haus uns hingeportet wenn ich ja dann reißen du doch die schlau chanchori sie ist ja eh schon fertig chanchori hä guck mal auf die uhr ja vier stunden mordecai lebt noch und dann müsste er Brick und da sein Brick keine Anpassung ja Lillis ist eigentlich die stärkste Sirene ja passt ja mhm der Wunsch eines Engels Iridium Blight sollen wir noch gucken was noch weiter durchziehen oder ja klar ok YOLO geh weg Fettsack kannst reisen oder fünf Schlüssel einsetzen reisen oder fünf Schlüssel einsetzen trägt man möchte 24 ne ja volle Resistenz Korrosionsresistenz wow mach du erstmal mhm fünf Stück mache ich wieder ich mach gleich 10 ja ja mach du ja mach du hey wir haben so viele Schlüssel davon ich markiere dir ja immer die Dinger weißt du dann kannst du gleich sehen oh das habe ich oder benutze ich momentan dann kannst du gucken was alles so besser ist und den Rest was du nicht brauchst lösch dir dann einfach oder ja ich weiß bist du ich bin ja gleich schon 25 ja ich auch alter es fehlt noch drei ja da mach ich nur fünf Stück ich bin nur ein balken und dir ja dann passt das weil ich habe ja so eine boni erhöhung das ist eigentlich ganz sweet verringert verringert erledene Schaden durch verschiedene Schadensarten voll Resistenz 15,4% Korrosionsresistenz 15,4% und Slack Resistenz 17,1% boah ja immer ja drücken hier ja immer ja drücken hier ne das ist nur normal aber keine Slack äh äh was haben wir hier ne oh doch mhm 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 fettes mg wäre jetzt nicht schlechter ich schon bock drauf nein da schon mal mg aber trotzdem kack sachen übertreibt mit einem sniper gewehr am besten mit korrosionsschaden geschlägt der leime schaden so mein inventar ist okay dann sein inventar fallen lassen nicht untersuchen du bock zehn stück den stück übertreibt doch gleich über drei tagen aber ja ich hab's ja feuerrate 8 der ist eigentlich besser wieder an feuer das heißt der tauscht am besten gegen die schrotti tausche ich aus so ist er kann jetzt fehlt das smg korrosion zack familie die enttäuschen und noch und der letzte studie wieder sechs platzen momentum ja ich habe gedacht ich habe meine aufnahme wenden aber sie läuft noch so die schilder na moxie fox hat geht da und wägt schaden ok plus 1097 absorptionsschaden 28 prozent hier dance ihr oxidant für uns na moxie wir beide acht ich frage ich meine wache chance feindliche kugel zu ja das ist gut das vor allem kapazität ladegeschwindigkeit und ladeverzöger höchstlich ja aber auch hier eigentlich noch ein 3000er schild gesundheit geht runter dadurch 452 wieder wieder so roboter ist alter wie den einen der ganzen schild mit einem schlachter unterreißt das natürlich weg die lebe habe ich so eigentlich 1800 habe ich 1605 habe ich das munitions ist aber ich muss mir noch koste sachen wir kaum nein meine organe verkauf ich nicht kann weg und sein das behalte ich das behalte ich auch ok ja ja das heißt ich kann reisen das alter es wird einfach übertrieben damit ja man kann sein genau